Guten Morgen zusammen. Wir haben uns vor einigen Wochen mit der Verurteilung und Kreuzigung unseres Herrn beschäftigt. Und es wäre schon ziemlich komisch, sich intensiv mit dem Tod eines Menschen auseinanderzusetzen, der vor 2000 Jahren gestorben ist, so wie Millionen andere damals auch. Wenn es dabei geblieben wäre. Warum ausgerechnet dieser Mensch? Es sind ja viele gestorben. Das Besondere beim Herrn Jesus ist, dass er nur ganz kurz tot war. Ungefähr anderthalb Tage. Und dann ist er am Sonntagmorgen auferstanden. Und über die Auferstehung möchte ich heute mit euch sprechen. Genau. Zu Beginn ein paar kurze Worte zur Apologetik. Also zu der Frage, wie glaubwürdig ist das Ganze eigentlich? Weil als Mensch lehnt man sich da ja doch schon ganz schön weit aus dem Fenster, wenn man sagt, da war jemand tot und er ist damit ja lebendig geworden. Das kommt ja nicht so oft vor. Also die Frage, wie glaubwürdig ist das Ganze eigentlich? Interessant ist, dass damals die größten Feinde des Christentums, die Pharisäer, die Juden, nie geleugnet haben, dass das Grab leer ist. Wäre auch schwierig geworden, denn das Grab war ja da und jeder hat hingehen können und hat gesehen, okay, das Grab ist tatsächlich leer. Heute wird das leere Grab aber infrage gestellt von Wissenschaftlern und Theologen. Zwar möchte ich da ganz kurz zitieren, ein Professor für Althistorik aus München hat folgende Theorie aufgestellt und zwar die Frauen, die bei der Grablegung zugeschaut haben, die waren ja nicht ortskundig, die kamen aus Galiläa, also die kannten sich nicht so gut aus. Und dann war es auch noch Abend bei der Grablegung und deswegen war es dunkel, schlechtes Licht. Und noch dazu sind wahrscheinlich die ganze Zeit römische Wachen vorbeigegangen und deswegen mussten die Frauen sich verstecken, um nicht gesehen zu werden. Was komisch ist, weil sie beim Kreuz ganz vorne standen. Jedenfalls, als sie dann am Sonntagmorgen wieder da waren, ging gerade die Sonne auf, andere Lichtverhältnisse und deswegen haben sie sich einfach im Grab geirrt, weil es anders ausgeschaut hat als vorher am Freitagabend. Und der Josef von Arimathea, der Besitzer des Grabes, der den Herrn Jesus beerdigt hat, konnte das Ganze auch nicht richtig stellen, denn er ist, wohlgemerkt am Sabbat, zu einer weiten Geschäftsreise aufgebrochen und war nicht da. Scheinbar ist er auch nie zurückgekommen, weiß ich nicht. Das ist ein Wissenschaftler, naja. Auch die liberalen Theologen haben kein Problem damit, dass das Grab angeblich leer ist. Obwohl Paulus uns schreibt in 1. Korinther 15, Vers 19, dass wir die elendsten von allen Menschen sind, wenn wir diesen Glauben haben, ohne dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist. Einen kurzen Auszug aus einer Schrift über das Grab, das nicht leer ist. Nicht der Christuskörper steht im Zentrum der Auferstehung, sondern die Erfahrung der Jünger und Jüngerinnen, die ihren toten Freund ganz real wiedergesehen haben. Trotz seines Todes war seine Präsenz so real erfahrbar, dass die Jünger und Jüngerinnen einfach weitergemacht haben. Sie haben weiterhin geglaubt, dass die Menschen am Rande der Gesellschaft im Zentrum der göttlichen Schöpfung sind. Sie haben weiterhin geglaubt, dass Männer und Frauen gleichwertig sind. Sie haben weiterhin an Gerechtigkeit geglaubt und an das Ausbrechen aus der Unterdrückung. Sie haben einfach weitergeglaubt, weil sie auf irgendeine Art und Weise die Präsenz des Gottessohnes nach seinem Tod erfahren haben. Wunder oder Wahnsinn? Wer weiß das schon? Ein kleiner Tipp, wie man liberale Theologen sofort erkennt. Wenn du einen Text vor dir hast, wo von Jünger und Jüngerinnen die Rede ist, dann solltest du vorsichtig werden. Die Auferstehung ist wichtig. Ich meine, wenn Paulus sagt, wir wären die Elendsten von allen Menschen, dann ist das schon ein starkes Statement. Ich möchte jetzt gar nicht viel Zeit darauf verwenden, über die Stichhaltigkeit der Auferstehung zu sprechen. Darüber gibt es viele Bücher. Ein Zitat zuletzt soll uns noch reichen. Wenn man alle Zeugnisse zusammennimmt, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass kein historisches Ereignis durch mehr oder verschiedenartigere Beweise gestützt wird als die Auferstehung Christi. Nichts anderes als die vorgefasste Meinung, sie müsse falsch sein, könnte die vermessene Idee hervorbringen, es gäbe einen Mangel an Beweismaterial. Wer sich intensiver mit dem Beweismaterial auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich das kleine Büchlein, die Tatsache der Auferstehung. Das gibt einen sehr guten Einstieg. Und dann gibt es natürlich noch eine schier endlose Menge an weiterführende Literatur von sehr, sehr vielen, sehr, sehr schlauen Menschen, die sich da intensiv Gedanken gemacht haben. Wir wissen, die Auferstehung hat stattgefunden und über die wollen wir jetzt also reden. Zu Beginn möchte ich ein bisschen über den Ablauf der Ereignisse sprechen. Also was ist nach dem Tod am Kreuz passiert? Wie kam es zur Grablegung und letztendlich zur Auferstehung? Und dabei unseren Fokus auf drei verschiedene Personengruppen lenken, über die wir in der ganzen Geschichte sehr viel lernen können. Das sind einmal Josef von Arimathea und Nikodemus, dann die Frauen am Grab und zu guter Letzt die Jünger selbst. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schreiben alle vier über die Ereignisse, deswegen haben wir heute nicht den einen Text, den wir uns anschauen, sondern versuchen das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Als der Herr Jesus also gestorben ist, tritt ein gewisser Mann auf, namens Josef von Arimathea. Über den haben wir bis dahin kaum etwas erfahren. Lukas stellt uns den ein bisschen vor, in Kapitel 23, Vers 50. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Er kommt aus Arimathea, eine Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Also Josef war ein Mitglied des Rates und als sie entschieden haben, den Herrn Jesus zu töten, hat er nicht zugestimmt. Er hat nicht eingewilligt in ihre Tat. Er war ein guter und gerechter Mann und er erwartet das Reich Gottes. Das heißt, er hat in der Erwartung gelebt, dass der Messias kommt und auf der Erde das Reich aufrichtet, wie viele andere Juden auch. Er geht also zu Pilatus und bittet darum, dass er Jesus beerdigen darf. Pilatus ist sehr verwundert, dass Jesus schon tot sein soll, denn er hat ihn ja gerade erst in der Früh verurteilt und normalerweise leiden die Armgekreuzigten drei Tage lang. Deswegen fragt er seinen Hauptmann, ob Jesus denn wirklich schon gestorben ist. Der geht hin und überprüft es und tatsächlich, Jesus ist schon tot. Also gestattet Pilatus dem Josef, dass er Jesus beerdigen darf. Josef selber besitzt ein Grab, das nicht weit entfernt ist von der Kreuzigungsstätte und möchte Jesus dort beerdigen. Dann kommt plötzlich ein weiterer Mann dazu und zwar Nikodemus. Den kennen wir aus Johannes 3. Das ist ein Pharisäer wohlgemerkt, der eines Nachts zu Jesus kommt und mit ihm über die Wiedergeburt spricht. Und dieser Pharisäer, Nikodemus, kommt jetzt plötzlich wieder und hat eine Menge Salböl dabei, um den Leib des Herrn, wie es damals Sitte war, für die Beerdigung vorzubereiten. Beerdigt wird der Herr Jesus dann in einem Grab, das mit einem großen Stein verschlossen wird, ein runder Stein, der davor gerollt wird. Man hat solche Gräber gefunden bei Ausgrabungen. Ihr könnt im Internet euch da Fotos anschauen, die schauen echt interessant aus. So ein großer, runder Stein war sehr, sehr teuer. Solche Gräber gibt es nicht viele. Normale Gräber haben immer eine einfache Tür davor gehabt. Das heißt, ein großer, runder Stein bedeutet, das ist das Grab einer reichen Familie. Josef war also ziemlich wohlhabend. Und ein Thema, über das wir vor ein paar Wochen nie gesprochen haben bei der Kreuzigung, war die Erfüllung von Prophetien. Da müsst ihr selber eintauchen. Nur eine kleine Bemerkung am Rande. In Jesaja 53, Vers 9 wird vorhergesagt, dass der Herr im Grab eines Reichen beerdigt werden wird. Und das ist hier der Fall. Matthäus schreibt das direkt in Kapitel 27, dass der Herr im Grab eines Reichen beerdigt wurde. Die Erfüllung einer Prophetie. Und jetzt versucht ihr mal auszumalen, wie viele gekreuzigte Zimmermänner aus Nazareth wurden wohl im Laufe der Geschichte im Grab eines Reichen beerdigt. Wahrscheinlich nur ein einziger. Also es ist wirklich stark, wie Gott uns da hunderte Jahre vorher die Sachen vorhersagt und sie dann bestätigt, als sein Sohn gestorben ist. Von Josef und Nikodemus können wir einiges lernen. Nikodemus ist damals in Johannes 3 des Nachts zum Herrn Jesus gekommen, um nicht gesehen zu werden von den anderen Pharisäern, von seinen Kollegen. Jetzt kommt er mit einer Menge Salböl und bereitet den Leib des Herrn zur Beerdigung vor. Die anderen Pharisäer und hohe Priester haben alles dafür getan, Jesus umzubringen. Aber dieser Pharisäer salbt seinen Leichnam. Das ist ein klares, öffentliches Statement, dass er mit dem, was die anderen da gemacht haben, nicht einverstanden ist. Und bei Josef ist es ähnlich. Johannes schreibt uns in Kapitel 19, Vers 38, ein weiteres Detail über Josef. Und zwar, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer, aus Furcht vor den Juden. Also der Josef, der war schon länger ein Jünger von Jesus. Aber er hat es verheimlicht, weil er Angst hatte vor den anderen. Jetzt legt er den Herrn Jesus in sein eigenes Grab. Das ist nicht mehr zu verheimlichen. Jeden ist bekannt jetzt, dass Josef den Herrn Jesus in sein eigenes Grab legt. Das ist nicht nur eine freundliche Geste. Du beerdigst nicht einfach irgendeinen fremden Verbrecher in deinem eigenen Grab. Auch das ist ein klares, öffentliches Statement, das man nicht verstecken kann. Und ich habe mich gefragt, warum kommen Nikodemus und Josef jetzt nach dem Tod von Jesus und bekennen öffentlich, wir stehen auf seiner Seite. Ich meine, ihr müsst bedenken, zu dem Zeitpunkt ist er einfach tot. Er ist einfach ein Mensch, der gestorben ist. wenn sie zu seinen Lebzeiten Furcht davor hatten, zu ihm zu stehen. Warum jetzt nach seinem Tod? Was macht das für einen Sinn? Der Tod bestätigt doch nur sein Scheitern. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass die Art und Weise, wie der Herr gestorben ist, viele Menschen ziemlich aufgewühlt hat. Da waren die Volksmengen, die sind gekommen, um sich lustig zu machen, über die drei Gekreuzigten da. Und als die heimgegangen sind, haben sie sich an die Brust geschlagen, ein Zeichen tiefer Betroffenheit. Wir haben davon in der ersten Stunde aus Offenbarung 1 gehört, dass sich alle Nationen an die Brust schlagen werden, wenn sie den Herrn wiedersehen. Der Hauptmann der Römer sagt in Lukas 23, als der Herr gestorben ist, das war ein gerechter Mensch. Und da geht es sogar noch weiter, Markus berichtet uns, dass er sagt, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Über wie viele gekreuzigte Verbrecher hat der Hauptmann das wohl gesagt? Allen Beteiligten war klar, hier ist ein Gerechter gestorben. Und wenn Nikodemus und Josef bereits im Verborgenen Jünger waren, weil sie die Lehre beeindruckt hat, ist ihnen mit seinem Tod klar geworden, das ist wirklich der gerechte Sohn Gottes. Sie wissen noch nicht, dass der Gerechte hier gerade für die Ungerechten gestorben ist. Davon haben sie keine Ahnung. Sie wissen auch nicht, dass er in drei Tagen auferstehen wird. Aber sie wissen, das ist der gerechte Sohn Gottes und danach handeln sie. Und das ist ein Vorbild für mich und vielleicht auch für euch. Man muss nicht alles wissen. Es reicht einfach, nach dem zu leben, was du weißt. Sie überwinden ihre Menschenfurcht, weil sie erkannt haben, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Während der Herr beerdigt wurde, haben ein paar Frauen zugeschaut. Besonders erwähnt wird immer eine Maria Magdalene. Sie wussten also genau, wo das Grab ist. Nach der Beerdigung gehen sie nach Hause und bereiten Salböle vor. Bei den Juden war es scheinbar üblich, dass man den Leichnam ein paar Tage nach seiner Beerdigung noch einmal salbt. Am Sabbat haben die Pharisäer und Hohepriester dann ein besonderes Anliegen. Sie erinnern sich nämlich an etwas, was die Jünger des Herrn vergessen haben. Nämlich, dass er angekündigt hat, in drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Und jetzt haben die Pharisäer und Hohepriester die Angst, dass die Jünger jetzt kommen könnten, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach jüdischer Zählweise gilt das dann als dritter Tag. Und den Leichnam stehlen. Und dann macht es den Anschein, als ob der Herr auferstanden wäre. Und deswegen sagen sie dem Pilatus, wir müssen das Grab irgendwie sichern, damit die ganze Geschichte jetzt endlich vorbei ist, weil ansonsten haben wir nachher mehr Scherereien als vorher. Und Pilatus sagt, alles klar, macht wie ihr wollt. Sie bekommen eine römische Wache, das ist nicht einer, das sind mehrere römische Soldaten, die verbringen jetzt die Nacht vor dem Grab und der Grabstein, der wird auch noch versiegelt. Also, ihr könnt euch einen Brief vorstellen mit einem Siegel drauf, wenn man den aufmacht, ist das Siegel gebrochen, dann sieht man, der Brief wurde geöffnet. Das gleiche beim Grabstein, ein Siegel drauf, wenn der aufgemacht wird, ist das Siegel gebrochen, dann weiß man, okay, da war jemand drin und hat was geklaut. Gut. Als dann am Sonntagmorgen die Frauen sich wieder auf den Weg zum Grab machen, wissen Sie ja genau, wo es ist, weil Sie waren am Freitag dabei, auch wenn die Lichtverhältnisse jetzt anders sind. Sie gehen also am Sonntagmorgen zum Grab, haben die Salböle dabei, die Sie vorbereitet haben am Freitagabend. Markus schreibt uns, dass Sie einen Teil davon auch noch am Sonntag in der Früh extra gekauft haben also Sie stehen früh auf bei der Dämmerung des Tages und machen sich auf den Weg zum Grab. Und über diese Frauen möchte ich an dieser Stelle kurz ein bisschen nachdenken. Als der Herr Jesus gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane, da sind alle weggerannt. Petrus hat zwar eisern bezeugt, wenn alle dich verlassen, ich nicht, aber als dann diese 600 Soldaten da waren, sah die ganze Geschichte sieht ja plötzlich doch anders aus. Die Jünger sind geflohen. Markus berichtet uns eine sehr merkwürdige Sache, da war ein Jüngling, dessen Namen wir nicht kennen, der lässt sogar seine Kleider zurück und flieht nackt, um nicht auch festgenommen zu werden. Also alle hauen ab, als der Herr Jesus gefangen genommen wird. Sie verlassen ihn. Petrus erinnert sich an seinen Beteuern, ich bleibe bei dir und versucht dann doch in den Hof des Hohen Priesters reinzukommen, wird da aber erkannt und verleugnet den Herrn dreimal. Er fürchtet um sein Leben und flucht, während er sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und als der Herr Jesus dann gekreuzigt wurde, ist kein Jünger mehr anwesend, außer Johannes. Aber diese Frauen, die standen bei dem Kreuz ganz vorne. Sie waren in Hörweite vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt da zu seiner Mutter und zu Johannes, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter. Also in Reichweite, dass sie sich verstehen können. Sie waren ganz vorne beim Kreuz. Die Frauen haben sich scheinbar nicht um ihr Leben gefürchtet. Sie waren bei der Grablegung dabei und jetzt sind sie wieder in aller Frühe unterwegs, um ihren verstorbenen Herrn Ehre zu erweisen. Die Jünger sind nicht dabei. Die Jünger sind eingesperrt in einem Raum irgendwo in Jerusalem. Die gehen gerade nicht zum Grab, um ihrem Herrn Ehre zu erweisen. Sie haben Angst um ihr Leben. Und diese Frauen, die beeindrucken mich. Warum sind sie bereit, ihr Leben so aufs Spiel zu setzen? Ich glaube, weil sie wissen, was der Herr für sie getan hat. Lukas berichtet uns besonders von Maria Magdalena, einer Frau, die in den vier Evangelien immer besonders namentlich hervorgehoben wird, dass der Herr bei ihr sieben Dämonen ausgetrieben hat. Und wie muss das für diese Frau gewesen sein, als sie befreit wurde durch den Herrn? Ihr ganzes Leben ist einfach neu. Welche tiefe Dankbarkeit muss sie empfunden haben für das, was er ihr getan hat? Und diese tiefe Dankbarkeit drückt sie jetzt aus durch die Treue. Die Treue, dass sie einfach ihrem Herrn Ehre erweisen möchte, auch wenn er gestorben ist. Sie glaubt nicht, dass er auferstehen wird. Im Gegenteil, als der Herr Jesus später vor ihr steht, denkt sie noch, das ist der Gärtner und fragt, wo hast du ihn hingebracht? Sie rechnet nicht damit, dass der Herr aufersteht. Sie möchte einfach ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und ihrem Herrn Ehre erweisen. Gut möglich, dass sie auch Furcht vor den Juden hatte. Aber ihre Dankbarkeit war größer. Und das ist ein großes Vorbild was hat der Herr dir Gutes getan in deinem Leben oder mir. Das wollen wir nicht vergessen. Maria und die anderen Frauen, die haben das nicht vergessen, sondern daraus Dankbarkeit und Treue wachsen lassen. Und wir werden gleich sehen, dass der Herr das besonders belohnt. Sie sind also auf dem Weg zum Grab und fragen sich, wer jetzt diesen großen, schweren Stein da wegrollen soll. Der ist wirklich massiv. Also da braucht man viel Kraft, um den wegzubringen. Ein anderes Thema war vermutlich das Erdbeben, das kurz vorher stattgefunden hat. Am Sonntag in der Früh gab es ein großes Erdbeben. Überhaupt in letzter Zeit scheinen viele Erdbeben zu sein. Am Freitag bei der Kreuzigung, da war auch ein Erdbeben, jetzt am Sonntag schon wieder ein Erdbeben. Wahrscheinlich war das auch Gesprächsthema. Was Sie nicht wissen, ist, dass mit diesem Erdbeben am Sonntagmorgen ein Engel des Herrn aus dem Himmel kam. Er hat den Stein beiseite gerollt und sich draufgesetzt. Und die römischen Wachen, das waren Soldaten, das waren Kriegsmänner, also was die schon gesehen haben, kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen. In einem Krieg, wo noch mit Schwertern von Angesicht zu Angesicht gekämpft wird, da sieht man viele schlimme Dinge. Aber als sie den Engel sehen, da erbeben die und fallen die um wie tot. In Matthäus könnt ihr das nachlesen. Ich frage mich, ob die zu sich gekommen sind, bevor die Frauen beim Grab angekommen sind. Weil wenn nicht, dann kommen die Frauen da zum Grab und da liegen ein Haufen toter Römer. Das muss sehr merkwürdig gewesen sein. Vielleicht waren sie bei dem Zeitpunkt aber auch schon wieder bei sich und sind abgehauen. Auch möglich. Aber ein lustiges Gedankenspiel. Naja. Sie sehen also das offene Grab. Okay. Freuen sich. Gehen hinein, weil sie wollen ja den Leichnam salben. Haben ihre Salböle dabei und gehen rein. Aber jetzt ist das Grab leer. Keiner ist da. Sehr eigenartig. Und dann drehen sie sich um und plötzlich stehen da zwei Gestalten. Glänzenden Gewand. Zwei Engel. Und da wollen wir jetzt kurz hinblättern. Matthäus beschreibt uns das in Kapitel 28. Also die Frauen, die können einem schon richtig leid tun. Nicht nur ist ihr Herr gestorben. Jetzt wollen sie zum Grab gehen, jetzt ist der Leichnam weg. Und jetzt sehen sie auch noch einen Engel vor sich. Also in der jüdischen Vorstellung ist es etwas ganz, ganz Furchtbares, wenn du einen Engel siehst. Dass er weiß, nichts Gutes. Also die Frauen, die werden so richtig durchgebeutelt. Emotional. Ihr armes Herz. Aber dann redet einer der Engel zu ihnen. Ab Vers 5. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Das beeindruckt mich immer besonders. Beim Herrn ist das auch so. Und jetzt auch bei dem Engel. Die kommen nicht einfach und sagen, was sie sagen wollen, sondern zuerst einmal wissen sie, okay, mein Gegenüber, dem geht es gerade richtig schlecht. Und das Erste, was sie machen, ist erst einmal trösten, beruhigen. Es ist alles gut. Fürchte dich nicht. Es ist beeindruckend, wie Gott und seine Untertaten so einfühlsam sind. Fürchtet euch nicht. Denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat. Also, der Engel weiß, wen sie suchen, Jesus. Und er sagt ihnen, er ist auferstanden und schaut, überzeugt euch selbst, da liegt niemand mehr. Da sind die Tücher, in die er gewickelt war. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Also, mir fällt es richtig schwierig, wenn ich versuche, mich da emotional hineinzuversetzen in diese Situation. Was empfindet man da? Wie muss das einen komplett durchbeuteln? Kann es jetzt wirklich sein, dass der Herr auferstanden ist? Ich meine, die Leiche ist nicht da, das ist offensichtlich. Und jetzt sind da auch noch die Engel, die sagen, er ist auferstanden. Also, da muss der Kopf drehen. Und sie kriegen den Auftrag, zu den Jüngern zu rennen und den schnell davon zu erzählen. Und wenn ein Engel dir was sagt, dann tust du das besser. Also machen sie sich auch schnell auf den Weg. Sie gehen raus, um es den Jüngern zu verkündigen. Aber auf dem Weg nach draußen, wow, da ist noch jemand. Vers 9. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, da haben wir es wieder. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Der Herr Jesus zeigt sich zuallererst, diesen Frauen, die einfach ihre Dankbarkeit durch Treue zum Ausdruck bringen wollten. Die beim Kreuz ganz vorne waren, die bei der Beerdigung dabei waren und die jetzt sich Sonntagfrüh aufgemacht haben, um ihnen nochmal Ehre zu erweisen. Und dieses einfache, treue Herz belohnt der Herr damit, dass er sich zuallererst ihnen zeigt. Und das ist wirklich, wirklich groß. Unsere Gesellschaft ist mittlerweile ganz anders als die Gesellschaft früher. Ein jüdischer Historiker, der zur Zeit gelebt hat, als das Neue Testament geschrieben wurde, sagt über die Glaubwürdigkeit von Frauen folgendes. Das ist ein Zitat. Das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Frauen sind so leichtfertig und dreist und deswegen zählt das, was sie sagen, nichts. So war damals die Einstellung. Also, wenn der Herr Jesus jetzt Frauen als erste Zeugen für seine Auferstehung auswählt, dann weiß er genau, das zählt gar nichts. Da kann er sich gleich gar nicht zeigen. Er hat den gleichen Effekt an Glaubwürdigkeit. Aber darum geht es ihm nicht. Es geht ihm darum, diese Frauen zu belohnen. Er belohnt einfache Herzenstreue. So ist unser Herr. Und mit großer Freude rennen sie jetzt zu den Jüngern und berichten es ihnen. Und wie groß muss diese Freude gewesen sein? Also, ich weiß nicht, ob dir schon mal etwas wie soll ich sagen, etwas widerfahren ist, dass du überhaupt nicht einordnen konntest. Also, wo du echt lange Zeit gebraucht hast, um das erstmal sickern zu lassen. Das kann was Gutes sein, das kann aber leider auch was Schlechtes sein. Aber diese Frauen, die haben hier so ein Erlebnis und die sind komplett hin und weg und rennen zu den Jüngern voller Begeisterung und sagen ihnen das. Aber die Jünger glauben nicht. Weil die Jünger, die leben in der Gesellschaft damals und die denken, Frauen sind leichtfertig und dreist. Unsinn, was die sagen. Wie dreist zu behaupten, der Herr sei auferstanden. Wissen die nicht, dass wir trauern? Wie können die so mit unseren Emotionen spielen? Dreist diese Frauen. Das muss ernüchternd gewesen sein. Sehr ernüchternd. Aber zwei, zwei können dem doch was abgewinnen. Johannes und Petrus. Vielleicht ist ja doch was dran, was die Frauen sagen und sie machen sich auf den Weg, sie sprinten zum Grab. Johannes war offensichtlich schneller als Petrus, denn er beschreibt uns in seinem eigenen Evangelium ausführlich, dass er zuerst angekommen ist. Aber er hat sich nicht getraut, reinzugehen, er hat nur geguckt. Petrus kommt außer Atem hinterher und wie er ist, kennt keine Hemmungen, schnurstracks, rein ins Grab. und er sieht, dass es leer ist. Jetzt traut sich auch Johannes hinterher, der scheinbar ein bisschen vorsichtiger ist und sie sehen dann diese Tücher, in die der Herr gewickelt war und Kate ist gerade leer. Sie sind verwirrt, sie gehen nach Hause und wissen nicht so recht, was sie damit jetzt anfangen sollen. Gut, jetzt kommen wir zu den Emmausjüngern. Die Emmausjünger waren zwei Jünger, deren Namen wir nicht kennen, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren. Und unterwegs treffen sie auf einen dritten Reisenden. Das Ganze lesen wir in Lukas ausführlich. Also wer da nebenbei ein bisschen mitgucken möchte, das ist in Lukas Kapitel 24 Abvers 13. Also sie sie unterhalten sich über die Kreuzigung und wie schwer bestürzt sie sind und dieser dritte Reisende, der da plötzlich auftaucht, der fragt sie, warum sie denn so bekümmert seien und sie denken sich, bist du denn der Einzige, der keine Ahnung hat, was passiert ist und erzählen ihnen ein bisschen davon, was war. Und dieser dritte Reisende ist der Herr Jesus, den sie nicht erkennen. Er zeigt sich diesen beiden Jüngern und er erklärt ihnen viel über den Christus, was im Alten Testament steht. Wahrscheinlich haben die beiden sich gefragt, woher dieser dritte Reisende so viel Ahnung von dem Thema hat, aber jetzt auch nicht weitere Schlüsse gezogen. Als sie dann endlich angekommen sind, spät am Abend, kehren sie ein, um zusammen zu essen und dieser dritte Reisende bricht das Brot und in diesem Moment erkennen die beiden Jünger, das ist der Herr Jesus. Leider verschwindet er im gleichen Augenblick vor ihren Augen. Also der Auferstehungsleib, der ist zwar zum Anfassen und der kann essen, aber der hat noch weitere Eigenschaften. Die beiden, komplett außer sich, dass sie den Herrn gesehen haben, sind spätabends angekommen, Nachtsreisen ist gefährlich, aber egal, sie rennen zurück nach Jerusalem, sofort, um es den anderen Jüngern zu berichten. Also das ist eine bahnbrechende Neuigkeit, da kannst du nicht einfach eine Nacht drüber schlafen, sondern sie müssen sofort zurück nach Jerusalem, um es den anderen Jüngern zu berichten. Und sie kommen an und jetzt kommen zwei Männer, aber die anderen Jünger glauben auch ihnen kein Wort. Sie glauben einfach nicht, dass der Herr auferstanden ist. Und so lesen wir von den Jüngern mehrfach, dass ihnen berichtet wird, dass der Herr auferstanden ist. Die Frauen sagen es ihnen, die beiden Emmausjünger, auch Petrus und Johannes kommen später zurück und sagen, das Grab ist leer, aber niemandem wird wirklich geglaubt. Im Gegenteil, wir lesen in Johannes Kapitel 20, Vers 19, warum die Jünger nicht in der Lage waren, das zu glauben. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, Sonntag ist der erste Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Also die Jünger, die haben einfach unheimliche Angst gerade. Die haben sich eingesperrt in einem Raum, sie haben Angst vor den Juden. In Markus 16, Vers 10 lesen wir noch was anderes über ihren Gemütszustand. Markus 16, Vers 10. Die ging hin, verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Also die Jünger, die sind damit beschäftigt, zu weinen, sie sind voller Trauer und voller Furcht. Und wenn es dir schon mal richtig schlecht ging, und da kommt jemand, der sagt, hey, es wird schon alles gut, es ist nicht so schlimm, wie du denkst, das tröstet nicht wirklich, oder? Also, so wird es den Jüngern gegangen sein. Sie sind voller Furcht, sie weinen, mittlerweile schon den dritten Tag, also sie sind echt tief betroffen und niedergeschlagen, und jetzt kommen dann ein paar Leute, die sagen, alles gut, es ist doch nicht so schlimm, wie wir dachten, der Herr lebt. Dementsprechend haben sie das nicht wirklich aufnehmen können. Was jetzt aber wirklich komisch ist, dass sie ein paar Tage später, wir lesen das gleich in Lukas, voller Freude in aller Öffentlichkeit im Tempel sein werden und Gott loben. Also jetzt sperren sie sich ein aus Furcht vor den Juden, weinen und haben Angst. Und in ein paar Tagen werden sie voller Freude in aller Öffentlichkeit Gott preisen und loben. Und das ist jetzt eine sehr komische Veränderung, die wir irgendwie erklären müssen. Und dazu möchte ich ein wenig ausholen. Also ich spanne jetzt einen großen Bogen. Warum waren die Jünger so voll Furcht? Und warum waren sie so extrem niedergeschlagen? Als Gott die Welt gemacht hat, in 1. Mose, da segnet er die ganze Zeit. Also er hält am Segen nicht zurück, er segnet und segnet und segnet. Und wenn man sich die Stellen anguckt, dann kann man lernen, was Segen Gottes im Grunde ist. Zum Beispiel, als Gott die Tiere im Wasser und die Vögel gemacht hat, sagt er in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 22, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Also Gottes Segen bedeutet Leben. Er schafft Leben und segnet es und sagt, vermehrt euch, lebt noch mehr, lasst mehr von euch hervorkommen. Als Gott dann die Tiere des Landes, also der Erde und den Menschen macht, segnet er wieder in 28. Und Gott segnete sie, den Menschen und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Hier haben wir wieder, dass ein Segen Leben bedeutet, aber noch mehr. und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gottes Segen bedeutet eine verantwortungsvolle Arbeit, eine erfüllende Arbeit. Das gehört zu seinem Segen dazu, dass das Leben gefüllt ist mit Verantwortung. Der Mensch soll herrschen. Dann geht es weiter, Vers 29 und 30. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alle samentragenden Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jenen Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Gottes Segen bedeutet, dass der Mensch versorgt ist mit allem, was er braucht. Das Essen ist einfach da, er braucht es nur pflücken und zu sich nehmen. Ein weiterer Segen ist in Kapitel 2, der siebte Tag, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hat, indem er es machte. Gottes Segen bedeutet nicht nur Leben, Versorgung, erfüllende Arbeit, sondern auch Ruhe, Erholung. Das ist auch Teil seines Segens. Also ein Leben gefüllt nur vom Guten. Und der wohl größte Segen, ohne dass er explizit so genannt wird, ist in Kapitel 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gott selber wandelt bei Menschen. Er geht da spazieren, wo der Mensch wohnt und redet mit ihm. Ein Leben gefüllt nur von Gutem in Gottes Gegenwart. Das ist sein Segen. Doch als der Mensch von der verbotenen Frucht ist, kommt die Sünde in die Welt. Und Gott hat angekündigt in 2, Vers 17, dass er an dem Tag, da er davon ist, sicher sterben muss. Die Sünde trennt vom Segen Gottes. Gottes Segen ist Leben, aber die Sünde bringt den Tod. Mehr noch. Gottes Segen ist Leben, aber eine Folge der Sünde ist, dass jedes neues Leben, das hier auf die Erde kommt, mit großen Schmerzen und viel Mühsal verbunden ist. Bei der Geburt und bei der Schwangerschaft. Gottes Segen bedeutet Versorgung, aber jetzt muss der Mensch hart arbeiten im Schweiße seines Angesichts für das Essen, das er zu sich nehmen muss. Denn der Erdboden ist verflucht. Und Gottes Segen bedeutet, dass der Mensch in seiner Gegenwart sein kann. Aber jetzt wird er aus dem Garten vertrieben. Das sind die Auswirkungen der Sünde, des Fluches, die die Menschen von Gott trennen. Tod, Schmerz, Mühsal und Trennung von Gott. Und die Juden, die werden das sehr, sehr gut wissen. Und woran werden sie jetzt denken, wenn sie da einen Mann am Kreuz hängen sehen, der voller Schmerz stirbt? Ein Mann, der beschrieben wird als Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, der an einem Holz hängt, wo es heißt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Woran werden sie denken, wenn sie ihn rufen hören, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Mann dort am Kreuz ist abgeschnitten von allem Segen Gottes. dieser Mann ist verflucht. Er ist zum Inbegriff des Fluches geworden. Das war Juden damals vollkommen klar. Und jetzt haben wir die elf Jünger. Die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Die dachten, das ist der angekündigte Messias, von Gott gesandt, der das versprochene Reich aufrichtet. Doch statt dem Reich Gottes sehen sie am Ende nur einen Mann, der zum Fluch wurde. Aus jüdischen Augen ist klar, Krachender hätte dieser Mann nicht scheitern können. Ihre tiefe Enttäuschung kann kaum erahnt werden. Zwei kurze Zitate, die das zum Ausdruck bringen. Den Skandal eines gekreuzigten jüdischen Messias-König, der als Herr und Gottes Sohn verkündigt werden soll, können wir uns gar nicht groß genug vorstellen. Und der Skandal des gekreuzigten Messias ist so ungeheuerlich, dass es schwer denkbar ist, dass die Gemeinde sich diesen Anstoß selbst geschaffen haben sollte. Also, es ist absolut undenkbar, dass jemand, der ausgibt, ein Messias zu sein, als Verfluchter endet. Das war den elf Jüngern ganz klar. Und dementsprechend sind sie komplett niedergeschlagen. Sie haben auf die absolut falsche Karte gesetzt. Hier geht es um viel mehr als um die bloße Tatsache, dass ein guter Freund von ihnen gestorben ist. Es ist ja nicht so, dass sie drei Jahre vergeudet haben. Sie waren auch seine engsten Nachfolger eines Mannes, der sich zu Gott erhoben hat. Das heißt, ihr eigenes Leben ist jetzt auch in Gefahr. Deswegen die Furcht. Der Herr hatte ihnen zwar angekündigt, dass genau das ihm widerfahren wird und dass er danach auferstehen wird, aber daran haben sie sich nicht erinnert. Und jetzt haben wir auf der einen Seite diese extreme Furcht und Niedergeschlagenheit und auf der anderen Seite ein paar Tage später diese Freimütigkeit, fern von aller Menschenfurcht, in der Öffentlichkeit des Tempels mit großer Freude Gott loben. Wie kann jetzt diese Veränderung von diesen absolut beiden Extremen stattfinden? Wie diese Veränderung stattgefunden hat, berichtet uns Lukas ausführlich in Kapitel 24. Sie sind eingesperrt in ihrem Raum. Sie weinen, sie trauern, sie sind niedergeschlagen, vielleicht ärgern sie sich über die Dreistigkeit der Frauen zu behaupten, er würde leben. und plötzlich sind zwölf Menschen da. Vorher waren es elf. Lukas 24 für 36. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und er spricht zu ihnen, Friede euch. Da haben wir schon wieder das erste ist nicht, hey, hab's euch doch gesagt. Nein, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie säen einen Geist. Also jetzt steht der Herr mitten unter ihnen, aber sie freuen sich nicht, sie fürchten sich noch mehr, weil plötzlich ein Geist da ist. Also in ihren Augen, ihr Leben, das geht gerade so was vom Bergab, wie soll es noch schlimmer kommen, jetzt taucht ein Geist plötzlich auf. Der Herr sagt, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände, meine Füße, dass ich es selbst bin, betast mich und seht, also fasst mich an, greift mich an, schaut, ich bin echt, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein wie ich. Und er zeigt ihm dann seine Hände und seine Füße. Langsam dämmert es ihn, also sie können ihn tatsächlich anfassen, das passt nicht zu einem Geist, wird er doch leben? Vers 41, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, also die Erkenntnis, dass der Herr jetzt tatsächlich lebt, ist einfach, das ruft so viel Freude hervor, dass sie es gar nicht glauben können. Und der Herr weiß das und deswegen fragt er sie, habt ihr etwas zu essen? Ein Geist, der isst nichts. Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Also sie sehen, der Herr lebt als Mensch tatsächlich, er ist aus den Toten auferstanden und jetzt erklärt er ihnen alles, was seine Person betrifft und warum er sterben musste. Das muss sehr spannend gewesen sein, wenn der Herr das alte Testament auslegt und überall aufzeigt, wo von ihnen die Rede ist, da wäre ich echt gern dabei gewesen. Und er verbringt ein paar Tage mit ihnen. Johannes beschreibt uns noch ausführlich, was alles passiert, wie sie am See sind, wie Jesus Petrus wieder begegnet, obwohl er ihn dreimal verleugnet hat. Alles sehr spannende Dinge, für die wir leider keine Zeit haben. Aber das Ganze, diese Erkenntnis, dass der Herr auferstanden ist, führt dann zu Lukas 24 Vers 51 Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Erkenntnis, dass der Herr lebt, hat diese große Freude in ihnen hervorgebracht und jede Menschenfurcht einfach ausgetrieben. Jetzt muss aber noch die Frage beantwortet werden, warum bringt das so große Freude? Also ich meine klar, dass jemand von den Toten aufersteht, das würde uns alle freuen, wenn ein Freund von uns, ein Verwandter, plötzlich wieder lebt. Aber es ist noch etwas tiefgehender. Denken wir zurück an den Exkurs von 1. Mose. Gott hat gesegnet und gesegnet und gesegnet, aber die Sünde hat den Menschen von dem Segen abgeschnitten, sie hat Schmerz gebracht, Mühsal, hat den Tod gebracht und Trennung von Gott. Und jeder Mensch, der seitdem auf dieser Erde lebt, muss Schmerzen erleiden, hat hier und da Mühsal im Leben, wird eines Tages sterben, muss trauern über den Tod von Verwandten und ist, ob er es weiß oder nicht, von Gott getrennt. Kein Mensch kommt daran vorbei. Aber jetzt ist der Fluch gebrochen. Da ist ein Mensch, der ist in den Tod gegangen, der ist gestorben, so wie jeder andere auch, eine Folge der Sünde. Aber er ist da nicht geblieben, er ist wieder auferstanden. Das bedeutet, der Fluch, die Schmerzen, die Mühsal, die Trennung von Gott sind vorbei. Wenn der Fluch weg ist, dann ist nur noch der Segen übrig. Der Segen, wie Gott es am Anfang gedacht hat, ein Leben erfüllt nur von Gutem, voller Versorgung, von erfüllender Arbeit, von Ruhe und von seiner Gegenwart. So ist es, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hat. Aber die Sünde hat all das abgeschnitten. Und jetzt erstanden ist, der die Folge der Sünde aufgehoben hat, für jeden, der glaubt. Und wenn die Folge der Sünde aufgehoben ist, was ist dann noch übrig? Nur all das Gute von vorher. Wir haben gesagt, Gottes Segen ist Leben. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Er ist gekommen, um diesen Segen wieder zu bringen. Gottes Segen ist eine erfüllende, bedeutungsvolle Arbeit, ohne Schmerz und Mühsal. In Offenbarung 5 wird der Herr angebetet von den lebendigen Wesen und den Ältesten. Und sie sagen da über den Herrn oder zum Herrn über uns und du hast sie, also uns, unserem Gott zu einem Königtum gemacht, unsere Priestern und sie werden über die Erde herrschen. Der Herr Jesus hat uns zu Königen gemacht, zu Leuten, die herrschen werden über die Erde. Keine Ahnung, wie das aussehen wird, aber er stellt diesen Segen von ganz am Anfang wieder her. Wir haben gesagt, dass Gottes Segen bedeutet, dass man in seiner Gegenwart sein kann. Ebenfalls in Offenbarung Kapitel 21 Abvers 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herab kommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Throm her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Alle Folgen der Sünde werden weg sein und Gott wohnt mitten unter uns. Das ist das Paradies, das uns erwartet, weil der Herr aus den Toten auferstanden ist, weil er den Fluch beendet hat, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Und das wird den Jüngern früher oder später klar geworden sein. Dass der ganze Fluch vorbei ist und jetzt ist nur noch Segen übrig und was soll man da anderes machen als sich darüber freuen. Für die Jünger ist das zum Quell von unermesslicher Freude und tiefen Frieden geworden, der absolute komplette Niedergeschlagenheit und Furcht verwandelt hat in größte Freude und vollkommene Unkenntnis jeder Menschen Furcht. Nur noch Freude und Gottloben für das, was er gemacht hat. Der Unterschied zwischen uns und den Jüngern ist, dass sie die Auferstehung gesehen haben. Also für die ist das komplett real fassbar. Die haben den Herrn angefasst, sie haben ihn essen sehen, sie haben gesehen, dass der Fluch der Sünde jetzt wirklich komplett aufgehoben ist. Für uns ist das Ganze doch ein etwas größerer Glaubensschritt, weil wir ihn nicht sehen, nicht anfassen können. Und deswegen tut es uns sehr gut, wenn wir uns mehr mit diesen enormen Auswirkungen beschäftigen. Die Auferstehung ist das Ereignis der Weltgeschichte. Ohne dem wäre alles wie vorher. Es wäre nur ein weiterer Mann am Kreuz gestorben. Paulus fordert uns auf in Kolosser Kapitel 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, denkt darüber nach, was euch da oben erwartet, dieser unermessliche Segen. Sinn nicht auf das, was auf der Erde ist, denkt nicht so viel hier über die Erde nach, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dein Leben ist schon da oben und du siehst das nicht, niemand von uns tut es. Aber wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wenn der Herr Jesus endlich wiederkommt, dann haben auch wir das gleiche wie die Jünger, dass wir es endlich sehen. Aber bis dahin ist das ein Hoffen und ein Glauben von dem, was er uns versprochen hat. Ja, wir leben jetzt noch hier auf der Erde, wo Mühsal ist, wo Schmerzen sind, wo tot ist. Aber wenn der Herr wiederkommt, wie muss dieser Augenblick sein? Und das ist unser Glaube, liebe Geschwister. Uns erwartet eine Zukunft, eine sichere Hoffnung, die so unfassbar herrlich ist. Das Worte fehlen, das zu beschreiben. Das geht weit über die Vergebung der Sünden hinaus. Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser, Kolosser, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 1. Timotheus, Titus, Hebräer, 1. Petrus, 1. Johannes. All diese Briefe schreiben uns von dieser Hoffnung und fordern uns auf, über diese Hoffnung nachzudenken und sagen uns, was diese Hoffnung für eine Bedeutung für unser Leben hat. Und dann ist da natürlich die Offenbarung, die uns all das offenbart. Aber wisst ihr, was interessant ist? In der Offenbarung kommt das Wort Hoffnung nicht ein einziges Mal vor. Ausgerechnet in der Offenbarung. Weil sie uns zeigt, wie es ist, sie offenbart es uns. Da muss nicht mehr gehofft werden. Wir wissen, wie es sicher ist und darauf dürfen wir unser Leben bauen. Wer am Ziel ist, die Offenbarung zeigt uns das Ziel, der braucht nicht mehr zu hoffen. Also, die Auferstehung in ihr liegt die Kraft, die größte Sorge und Trauer und Enttäuschung in unbändige Freude und Frieden zu verwandeln. Und deswegen wollen wir uns immer mehr mit dieser Hoffnung, dieser Vorfreude beschäftigen. Unser Leben mehr davon prägen lassen. Und das sind Dinge, die ganz schnell das übersteigen, was wir verstehen. Aber dann erinnern wir uns an Josef und Nikodemus. Was haben die schon verstanden? Die haben einfach gelebt nach dem, was sie wussten und das wollen wir auch tun. Und dann erinnern wir uns an die Frauen, die einfach dankbar waren für das, was sie erlebt haben und wussten vom Herrn und ihre Treue zum Ausdruck bringen wollten. Und der Herr, der hat das belohnt. und das finde ich absolut wunderbar, dass wir so wenig Ahnung haben von dem, was kommen wird, obwohl die Auferstehung die größte Veränderung ist, die man sich vorstellen kann. Aber wenn der Tag kommt, wo der Herr da ist und wir ihn sehen, dann kommt kein Vorwurf, es kommt kein Vorwurf an die Jünger, hey, du hättest das eigentlich besser wissen müssen und warum hast du das so und so gemacht, du hättest doch dein Leben auf die Auferstehung bauen sollen. All das wird nicht kommen. Paulus schreibt das ganz schön. An diesem Tag wird der Herr alle Überlegungen des Herzens offenbaren. Und wir Menschen, du vielleicht neigst oft dazu, dich zu verurteilen für das, was dein Herz in sich hat. Aber Paulus schreibt, an dem Tag, wo alle Überlegungen des Herzens offenbar werden. Da bekommt jeder sein Lob von Gott. Das beeindruckt mich sehr, wie er ist. ist jeder. Der Herr kann jedes Jahr sein, ist jeder. Wer policing Deus,